Was geht Leute, mein Name ist Danny, ich ist daaa Willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Roblox Heute, also beim letzten Mal haben wir ja Hagiwagi Morphs gespielt, wo wir bestimmte Hagiwagis finden könnten Und dann konnten wir quasi, naja, die Hagiwagi Skins finden und dann benutzen Und ähm, ja, jetzt spielen wir ein Five Nights at Freddy's Security Breach Morphs Wo wir quasi in dem Gebäude sind Und wir müssen die Skins finden, okay Und die sind überall verteilt auf der Karte, also sie können überall sein Und ja, wenn du mehr Roblox sehen willst, lass einfach einen Aumen nach oben da Dann weiß ich Bescheid, dann kommt gleich das nächste Video hoch Weil ich hab einige auf der Platte noch Und äh, abonniere kostenlos, damit du nichts mehr verpasst an der Zukunft So, oh mein Gott, jetzt ist mal rein Also es gibt hier anscheinend alles Das ist quasi das Ding, ähm, ich weiß gar nicht Warte, was können wir hier holen, äh, Infinite Flash Okay, wir können irgendwie, okay, interessant Oh, ist das die erste? Äh, äh, oh, Collect Me, ja, ja, doch, Collect Me Und? Du hast gefunden, Freddy Doll What? Erstmal teleportieren, Lobby haben wir hier, Daycare Tunnel, what? What? Museum, oh mein Gott Okay, Achievements Wie gibt's denn, wie gibt's denn hier eigentlich? Einige Okay, der wird, äh, der wird auf jeden Fall Daycare sein 100%ig, das sag ich euch schon mal Ähm, aber ich würd gern Oh, hier können wir's nochmal sehen Ich hab jetzt kein What? Niemals Ah ne, okay, dann geht's gar nicht weiter Ich dachte schon Ja, okay, wo ist denn jetzt, äh, das, was ich freige... Ach, hier Freddy Oh mein Gott Aber wie geil das aussieht, oder? Ich feier das mega Ähm, dann lass mal hier umschauen Ob ich hier mehr finden Oh mein Gott, jetzt bin ich stark Hilfe, Leute Es ist nicht so, wie's aussieht Okay, alles gut Haha Ähm, bist du etwas? Kann ich nicht collecten? Old Freddy What? Okay, das ist, das ist irgendwie geil Ich liebe diese Spiele Ne, ich hoffe, die machen mehr davon jetzt Ohne Scheiß Okay, das ist der zweite Äh, wo bist du, Old Freddy? Kann ich nicht finden? Ah, es gibt schon einige hier Oh, Mario Freddy gibt es sogar What? Okay Ich find's ehrlich gesagt Ein bisschen schade Dass man die vorher schon so sieht Ich find's irgendwie geil Wenn man die vorher nicht sieht Aber ich find ihn irgendwie grad nicht Okay, nee Irgendwie find ich ihn wirklich grad nicht Ich weiß nicht, wo er ist Ey, ich, ich seh ihn wirklich nicht Entweder ich bin blind Oder keine Ahnung was Wahrscheinlich nichts daran Ähm, okay Okay, dann lass mal Hier weiter Oh, können wir ja Oh mein Gott, das sieht so komisch aus, ne? Was zum Teufel? Okay, lass mal hier reingehen Oh, wir haben nicht so endlich Ausdauer Wieso nicht? Eigentlich voll schade Äh, okay Ist das hier Hier muss irgendwas sein Also wir wissen alle, dass hier etwas ist Was ist das für ein Ort? Ist das Oh Ist hier Was? Recharge Achso, damit kann man die Dings aufladen Okay, das ist anscheinend nix Ich weiß schon, was für ein Ort das ist Ich glaub, das ist halt der Anfang, wo man Chica gesehen hat Ich hab das Spiel mega geliebt Das hat so viel Spaß gemacht Oh, hier kann man speichern Ja, okay, aber Was bringt das denn bitte? Können wir hier reingehen? Oh, ernsthaft? Komm schon Kann ich wieder normal werden? Ja, Gott sei Dank Okay, hier geht es Was sehr schön ist Hier ist anscheinend auch nix Das kann mir keiner erzählen Das kann mir keiner erzählen Wirklich nicht Dass hier nix ist Ich hab hundertprozentig was übersehen Okay, es geht hier noch tiefer anscheinend SDRLB, okay Klingt auf jeden Fall interessant Ich glaub, das ist so Checkpoints Wo wir sterben oder sowas Vielleicht spawnen wir dann da wieder Hier im Müll Das Ding ist Hier muss man die aufheben mit E Das heißt, das steht dann immer Ob man die aufheben kann oder nicht Komm, das kann mir keiner erzählen Also, keiner kann mir erzählen Dass sie die Gegend gemacht haben Und Dass sie da nix hingetan haben Oh mein Gott Ja, okay Man muss aber auch sagen Hier geht es weiter, ne Und Hier geht es leider auch nicht lang Okay Dann gehen wir halt eben hier Wir sollten jetzt theoretisch Im Untergrund sein Ja, wir sollten hier sein Oh mein Gott Hier Ist hier irgendwas? Toilettenpapier Okay, es gibt aber einige Also Oh, hi Buddy Na, alles klar What? Achso Oh, ich frag mich Ob es hier die Roboter gibt Ehrlich gesagt Okay, hier kann man auch nicht speichern Das ist lächerlich, Leute Das ist so lächerlich Hier ist einfach gar nix Ich bin so sprachlos gerade Hier kann man nochmal aufladen Geht es hier rein? Auch nicht Macht man das eigentlich nur für ein einzigen Oder wie sieht es aus? Oh, nice Endlich Maskotki Maskotki Warte, das ist polnisch Das Wort Wieso Das ist Oh Oh Warte kurz mal Achievements Hier kann man ja sehen Ich dachte, wir haben gerade Dings da bekommen Okay, das haben wir Und Ja, also Hier noch Hier hat auch Old Freddy Forgotten Styling Tophead Also Da ist er irgendwo Wir haben ihn ja anscheinend Aber wir können ihn irgendwie nicht nehmen Und das Das war's, ne Ja, wir haben sonst niemanden freigeschaltet Aber ich verstehe jetzt halt wirklich nicht Wieso das hier nicht Ach, hier Oh mein Gott Alter Freddy Okay, das ist irgendwie cool Irgendwie gefällt mir das Aber gut Wir nehmen ihn jetzt nicht mit Weil Es ist einfacher So Sachen zu finden Da hat man ein bisschen mehr die Übersicht Ansonsten ist in diesem Raum Glaube ich nix Ja gut Also ich find's auch blöd Dass man die Sachen so aufhebt Mit E Weil Sonst kann man die Sachen nicht so gut verstecken Das ist quasi das Ding Okay, das ist die Stelle wo What Okay Ist hier vielleicht irgendwas Noob Noob Freddy Okay Warte kurz mal Hoffentlich find ich ihn jetzt Dieses Mal ein bisschen leichter Weil irgendwie Beim letzten Mal Hab ich ihn Ach, hier Noob Freddy Okay Das ist Noob Okay Sieht ja wie cool aus Muss ich sagen Haha Also es ist quasi ein Roblox Noob Mit Freddy kombiniert So kann man es sagen Aber okay Das ist ziemlich episch So was haben wir hier noch Sonst Nicht viel Das ist der Ausgang Warte mal von wo Hier geht's rein Ne Ach, hier kommen wir Okay Verstehe Hier geht's wieder raus Ich seh schon Also da benutzen wir quasi den Fahrstuhl Kurz gesagt Oh, wo sind wir jetzt Achso, wir sind jetzt hier Und da Oh, wir sind hier Oh my god Ey, das ist so episch, Leute Guck Freddy What Okay Dann lass ich mal finden Guck Freddy Wo bist du Ich finde dich dieses Mal Dieses Mal werde ich Werde ich dich nicht verpassen Man muss immer auf die Loks hier schauen Wenn es vier Loks sind Dann ist in dieser Reihe Auf jeden Fall nix Ah ja, hier haben wir einen Oh my god Okay, das feiere ich Bestimmt gibt's auch für Chica Auch andere Sachen Sieht schon cool aus Muss ich sagen Gut, machen wir das wieder normal Das ist aber cool Dass man es wieder normal machen kann Hier Hier ist ein Geschenk Sag mir nicht Ah, schade Ey, ich feiere das so hart Ne Okay, gehen wir mal in Freddy's Raum rein Schauen wir uns mal hier um Ob es hier irgendwie Irgendwas gibt Sieht aber gerade nicht danach aus Okay, lass mal hier lang gehen Oh my Gregory Guard Das ist auch ein Morph Was sehr komisch ist Ehrlich gesagt Muss ich sagen Ich meine Gregory Guard Schon ein bisschen merkwürdig, oder? Ich meine Obwohl das passt eigentlich Wieso eigentlich nicht? Ich meine Wir spielen ja mit Gregory Der erste Teil des Spiels Auf jeden Fall Hier sind wir Also ein Squid Game mit Gregory Oh my god Es ist geil Ich find's geil Was soll ich sagen Wir können sogar eher bleiben Das feiere ich irgendwie mega gerade Okay, let's go Oh, wir können durch den Schacht gehen Ich hab Ich hasse den Schacht Dieses gewisse Etwas Ich weiß immer noch nicht, was es war Ehrlich gesagt Hat mich hier so genervt Okay, sieht aber nicht Ob vielleicht hier in den Wänden Kann auch was sein Wir können uns hier auch teleportieren Aber wir kommen ja momentan Ganz gut weiter So, lass mal Okay, hier ist auch nichts anscheinend Hm Also das bringt uns jetzt in eine neue Ne, das bringt uns hier rein Wie im eigentlichen Spiel Okay, geht das auf? Ah, ärgerlich Ärgerlich Das wäre natürlich geil Obwohl, geht das wirklich nicht auf? Ne, anscheinend nicht Können wir nicht irgendwie Ich dachte, wir können noch hochklettern Aber auch nicht, leider Okay, was haben wir hier? Einmal eine Gitarre Aber Die können wir nicht benutzen Ich feiere die Okay, das feiere ich Irgendwie feiere ich das Ich weiß auch nicht, wieso Geh hier nicht rein Wir wissen alle, wer da reingehen wird Da können wir nicht rein Schade Wir haben auch eine Taschenlampe Aber die Bringt halt irgendwie gerade nicht so viel Okay, ich wette, hier irgendwo wird auch was sein Zu 100% sogar Aber Do not enter Okay, da gehen wir mal rein Oh, war das die Stelle von David Kam Oder Oh, ich sehe es Okay Natürlich So, so Sehr schön Okay, jetzt einfach hier lang Ist das wieder Gregory? Bacon Freddy Wie geil ist das denn bitte? Junge, wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott Ich glaube, das liegt einfach daran Weil ich das Spiel so sehr geliebt habe Und Ja, dieses Spiel Also ich bin voll happy Dass es so ein neuer Trend ist Irgendwie mit den Spielen Weil Ich bin mir sicher Die machen noch mehr davon Weil die Leute lieben diese Spiele ja Und irgendwie Lieb ich die auch Och, komm schon Ach hier War das Nee, das war Bacon Half Ready Wie geil ist das denn? Das ist voll geil Muss ich sagen Oder? Zieh das mal rein Oder bin ich der Einzige Das feiert Nein, bin ich nicht Definitiv nicht Das kann ich euch schon mal sagen Aber okay Den haben wir auf jeden Fall Oh Wäre vielleicht hier irgendwas? Das wäre ein bisschen zu offensichtlich, ne? Okay Können wir bei Chica rein vielleicht? Ja Können wir tatsächlich Vielleicht gibt es hier ein Skin mit Chica Das wäre episch, muss ich sagen Oh, hi Was machst du denn hier? Leider gibt es hier in Chicas Traum nix Oh, vielleicht irgendwas in den Warte Warte Wieso können wir Okay Und das geht auch nicht auf Ich kann irgendwie das Ganze nicht Ich kann nicht glauben, dass hier nix ist Ich kann hier irgendwie nicht glauben, dass hier nix ist Aber es scheint so zu sein Okay, so wie wir in diesem Raum waren Können wir auch mal in die andere Räume gehen Weil wahrscheinlich sind die auch alle offen Wow Among Us Freddy oder was Ah, hier geht es nicht rein Okay, ich würde gerne fragen, wo er es gefunden hat Aber wir finden es auch selbst Wahrscheinlich eher weniger Aber wir probieren es wenigstens Hm, hier vielleicht Ja Nein, doch nicht Ich dachte gerade Hier vielleicht Auch nicht Hm Sehr, sehr schade Ich würde sagen Wir teleportieren uns jetzt erstmal in eine andere Gegend Und zwar gehen wir hier drauf Und gehen wir in die Dairy Daycare zum Beispiel Da waren wir nämlich noch gar nicht Und Da ist ja der Mond Der für mich der gruseligste Gegner im Spiel war Ich wollte es so kurz anmerken Also Verdammt verdammt gruselig Oh, die Musik sogar haben die genommen Ernsthaft Ich glaube es nicht Oh mein Gott Die haben sogar die Musik genommen Ey, das sieht so cool aus, ne Wie die das gemacht haben hier Wir können hier wahrscheinlich reinrutschen, oder? Ja You have found Spider Spider Freddy Ich wollte eigentlich da reinrutschen What? Okay, warte mal Spider Freddy Spider Freddy Wo bist du? Ach, der hat hier Sus Freddy Also ja, das ist Among Us Freddy Ähm Alter Oh Er hat keine Augen Ich hatte keine Augen Sieht schon geil aus, oder? Mir gefällt es Mir gefällt es So, lass uns normal werden Können wir ja Da können wir nicht rein, ne? Können wir da echt nicht rein? Okay Oh, wir können aber Okay, meinetwegen So kann man auch rein Dann müssen wir einen Weg in die Daycare Auf jeden Fall finden Aber das war Echt klein Dieses Spinne dort Ich meine, wie der Spinne auch sein sollte Klein Und sehr tretbar So sollten Spinnen sein eigentlich MLG Freddy Oh mein Gott Wieso eigentlich nur Freddy Ich hab das Gefühl Ja, es gibt hier noch Chica, oder? Ja, es gibt hier noch andere Auf jeden Fall Also Freddy ist nicht der Einzige Aber irgendwie Ich hab das Gefühl Die Freddy Skins sind Die einfachsten zu finden Okay, lass mal sehen Ähm Mario Ich muss Mario Freddy haben Hundertprozentig Das ist keine Widerrede MLG Freddy Wo bist du? MLG Freddy Hallo Wieso? Ich seh ihn irgendwie nicht Warte, hier ist geblockt Hier ist geblockt Hier ist geblockt Okay Hier haben wir in dieser Reihe Drei Stück Das ist schon krass Vielleicht dauert es eine Zeit lang Bis der irgendwie unlockt wird Ich weiß noch nicht genau Was die beste Taktik hier ist Ob es vielleicht Ob es auf den Namen ist Oder Ich glaub, ja Ich glaub, die Taktik Ich mach das schon ganz okay MLG Freddy Nice Sehr nice Ich mein, der sieht cool aus Mountain Dew Dies ist eine Getränk Was ich noch nie getrunken hab Aber ich hab das Gefühl Das schmeckt so wie Sprite ungefähr Und der Roblox Happy Alter, ich Ich weiß nicht Irgendwie macht mich das Spiel gerade happy Irgendwie macht mich das happy Einfach nur, weil es geil ist Oh nein Wir können da reingehen Oder wie Okay, warte mal Ob wir hier was Hier ist ganz schön eng Ich glaub, wir müssen ein bisschen zu erwachsen Das ist quasi, wenn wir an der Wachster hier reingehen Wenn diese in solche Stellen dann Passiert das hier Oh mein Gott Oh Gott Was zum Teufel Oh Es ist eng Ich bekomm Platzangst Jetzt ohne Scheiß Ich bekomm Platzangst Wer hätte das gedacht Geht's noch höher hier Oder es geht hier lang Ja Oh mein Gott Ein Seltener sogar Warte mal Ich Oh mein Gott Wie geil Er ist blau Okay Hier ist er nicht Oh Hier haben wir sogar Monty Sass Monty und alles Okay Lass mal sehen Ähm Leider nicht Hier auch nicht Ey Dieses suchen Das macht mich Ein bisschen fertig Muss ich sagen Ich wünschte mal Könnt ihr ihn sofort anklicken Oder sowas Und sofort sehen Das ist ja viel geiler Vielleicht geht das sogar Ich probiere es aber nicht Wenn wir was finden Junge Wie geil Okay wenn er jetzt reicht Geht das hier überhaupt Nö der kommt ja nicht mal rein Das war klar irgendwie Kein Wunder Dass Freddy hier nie ist Ähm Aber ja wir können normal werden Normal groß Obwohl naja wir sind halt echt schon sehr groß Äh Oh da ist ein Teddy Panda Vielleicht ist das irgendwas Obwohl glaube ich nicht ehrlich gesagt Ähm Sind wir wieder an derselben Stelle Oder ist das Das war dieselbe Stelle Genau wir wollten hier reingehen Oh da haben wir den gefunden Genau 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 Gehen wir aber mal hier nach oben Können wir hier rutschen Hier können wir auch nicht rutschen Ne Ich kann mal klein werden Geht das so irgendwie Das würde mich echt Nö dass ich nochmal klein werden kann Sieht aber nicht danach aus Okay ich glaube die Stelle haben wir Damit erlebt Oh nein bitte nicht Komm schon Oh mein Gott Jetzt bin ich stecken geblieben Leute Kann ich bitte hier rauskommen Aus der Gegend Ich komme hier nicht mehr raus Ich bin zu groß Ihr wollt mich auf den Arm nehmen Ich muss mich besetten glaube ich Wow Alter was tut ihr da Ernsthaft Gibt es ein Jumpscare wenn ich da hingehe Ne der ist ja die Sonne Also alles müsste okay sein Was tut der da Da geht es nicht rein Okay Lass mal sehen ob es hier bei den Frauen reingeht Gregory Gregory Wieso würdest du da reingehen Ich bin in der Daycare noch nicht ganz fertig Muss ich allerdings sagen Weil Ja ich habe das Gefühl Hier gibt es doch Was hier waren wir ja schon Ne Oh Oh Totem 0 von 1 von 7 Ah wir können davon 2 von 7 Okay Ah Okay mach schon ob ich alle finden werde Okay 3 von 7 Ah 7 klingt ein bisschen viel oder 3 3 erst Ernsthaft Erst Hä Okay das versteht Okay jetzt musst du Jetzt musst du verarschen Leute Das sage ich euch Jetzt musst du verarschen Okay Oh hier könnte was sein Da ist 100% nicht etwas 5 von 7 Ach geht doch Geht doch Kommen wir hier irgendwie drauf Ähm Ja Da ist 100% nicht etwas Mit Sicherheit Es muss Nein Das also Sorry aber Wie kann man so dreist sein Und das so aussehen lassen Das wäre etwas Und dann nichts tun Wow Wow Entwickler Da ist doch etwas An derselben Stelle Und man kommt genau gleich hoch Wie an der anderen Stelle Easy peasy Was bist du Ratten Freddy Wie können wir Wir können den Das meine ich Das müssen die machen Am besten dass man Sofort da steht Wie come So dass man quasi Sofort er werden kann Dann kann man sich Auf jeden Fall eine Menge Arbeiten sparen Okay Ähm Ratten Freddy Wir haben Ratten Schwanz Wir haben Wir sind quasi eine Ratte Ich glaube das sieht man Ich meine Ob wüsste ich das wie ich eine Ratte bin Ich weiß es nicht Aber okay Wir sind wieder normal So wie es sein sollte Niemand will eine Ratte sein oder Oder willst du eine Ratte sein Hoffentlich nicht Was ist das hier Nix Warte Können wir nicht Wir haben doch Licht Was aber irgendwie Nicht funktioniert Sehr tolles Licht haben wir auf jeden Fall Ich meine Es ist wirklich einfach kein Unterschied So einfach gar nicht Hm Ist hier vielleicht irgendwas Wir können uns auf jeden Fall In den Stuhl setzen Der schräg ist Das ist schon irgendwie cool Interagieren Okay da passiert aber irgendwie nix Okay Ich habe das Gefühl Uns fehlt hier irgendwas Was Warte was Ich kann da Ich kann das nicht wiedererkennen Da ist auf jeden Fall irgendwas Damit können wir interagieren Da können wir nochmal herkommen Wenn wir es Wissen Oh nein Es ist sehr dunkel geworden Leute Der Strom ist aus Oh du bist doch einer oder Oh mein Gott Guess Freddy Okay warte mal kurz Ich glaube ich sollte lieber Zu Freddy werden Bevor mich der Mondmann noch tötet Da habe ich nämlich keine Lust drauf Was Freddy ist mir immer sehr sicher vor ihm Ähm Wo ist es Guess Hallo War das nicht Guess Freddy ja ne Engel Freddy Doppel Freddy Da muss man wahrscheinlich Den Freund zu einladen Das Leben meiner Freundin ist hart Leute ich sag's euch Ähm Freddy Ich finde ihn nicht Leute Leute ich finde ihn wirklich nicht Okay Ähm Kriegen wir ein Jumpscare Oh mein Gott Moondrop Alter Let's go Wow Okay warte wir teleportieren uns erstmal Ich würde sagen wir teleportieren uns jetzt einfach mal Ähm Hm Ich denke das Ding ist Ich war ja War ich hier oder ich war da Das heißt hier waren wir noch nicht Dann lasst uns mal da teleportieren Und einfach mal Moondrop benutzen Weil Er zu sein ist schon ziemlich gruselig Also Moondrop ist schon Nicht ohne Okay warte mal Wofür Oh hier Das ist sogar der erste Oh mein Gott Er ist aber ein normaler Moondrop Ne Er ist ein normaler Moondrop Das ist keiner der Oh mein Gott der läuft aber so komisch Oh Er läuft Das ist so gruselig einfach Warte Oder waren wir hier doch 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 Wir waren hier glaube ich Ich glaube tatsächlich wir waren hier Okay lass mal noch kurz normal werden Ich Ich Renn hier kurz mal lang Hier waren wir Hier waren wir hundertprozentig Ja Und ich habe hier nichts gefunden ne Das war halt echt komisch Dass ich hier nichts gefunden habe Aber ja hier waren wir Okay Schön gut zu wissen Dann Würde ich sagen Gehen wir mal zu den Tunneln An die kann ich mich auch noch erinnern Dann lass mal sehen Warte Hier waren wir doch auch oder nicht Ja doch hier waren wir auch Ja doch doch hier waren wir auch Also wir waren schon an mehreren Stellen Aber haben nicht mehr so viel gefunden Schon ein bisschen sass oder Okay Gehen wir Take a pick up Da waren wir noch nicht Das ist quasi da wo man die Kinder abholt Aber Leute ich würde sagen Ich werde das Video für heute erstmal stehen lassen Weil Ja wir haben Ich nehme schon eine Zeit lang auf Ich denke das reicht für das erste Video zum Spiel Wenn du noch ein Video dazu sehen willst Lass einen Daumen nach oben da Wir haben Marshmallow Freddy Und Äh Was Warte Marshmallow Freddy Und Evil Turtle Warte ich will die kurz nochmal sehen Ähm Das ist es nicht Marshmallow Freddy Und Evil Turtle Hier auch nicht Hier auch nicht Ähm Marshmallow Freddy Oh mein Gott wie geil Ey ich feiere das so hart ne Ich feiere das so hart Aber Evil Turtle Das verstehe ich nicht ehrlich gesagt nicht Ähm Ist das auch ein Charakter den man spielen kann Oder Old Freddy Ratten Freddy Ich glaube Spinn Freddy feiere ich am meisten gerade Muss ich sagen Gäste Obwohl ich feiere irgendwie alle hier Ihr habt definitiv sogar Ähm Ich weiß Ehrlich gesagt nicht Evil Turtle Hier haben wir es ja Wow Oh mein Gott What So gruselig Ich hab keine Saute Aber okay Leute Das war's für das Video Für mehr davon Lasst mal oben da Abonnieren Kostos Aktivolog Und ich sehe dich Im nächsten Video wieder Bye 5 5 6 6 8 9 10 11 13 14 20 18 18 19 20 20